Das Problem ist, die Matten werden ja einen Tag in Wasser eingelegt, damit sie sich vollsaugen. Und dann muss man noch den Schiff innen reinbringen. Da sie sich ausdehnen, wird es relativ eng. So. Noch eine. So, das ist jetzt eine Dreifache-Baladematte und das ist eine Vierfache. Hier ist das Schritt vom WKC-Soling, stärkere Soling. Und mache einen Streitschnitt Kissa-Glee. Noch eine. In die andere Richtung. Da seht ihr, das hat es nicht mehr richtig gezogen. War wahrscheinlich auch mein Winkel nicht richtig. So kann es auch aussehen und dann sieht es hässlich aus. Jetzt das japanische, teure Schwert. Vierfach-Matte. Und wichtig dabei ist, die Schwerter, die ich jetzt weggelegt habe, müssen hinterher sorgfältig geputzt und gehölt werden. Sie rosten sonst in die Sau. Also, wie der Blitz, fangen die sich host ein. Das ist auch der Grund, weshalb ich nicht verstehe, dass Menschen mit Schwertern schneiden. Sie dann hinterher, die wieder in die Saja strecken. Es sei ja halt von innen feucht. Das Schwert kann, wenn es da drin bleibt, kosten. Das ist kein Ungang mit Schwerter. Okay. Ich mache jetzt mal die Vierfach-Matte mit einer Hand. Seht ihr, der Schnitt ist nicht ganz durchgegangen. Ich mache jetzt noch einen waagerechten. Dieser Schnitt wiederum, obwohl es fair ist, hat einen absolut sauberen Rücken erlassen. Gut.